Wobei Elina Camperi zeigt uns die Aussicht, da würde es sicherlich interessant werden, oder? Na klar. Wer von euch jetzt einen Popel gerade frisst, der macht das, denkt es immer so, für die Gesundheit. Für die Gesundheit. Mache ich jetzt noch nie krank, Bruder, ich sag dir ehrlich, lass die Leute labern und ihih und eklig. Bruder, scheiß auf solche Kommentare. Ich sag dir, Digga, so wie es ist, dadurch, dass du in deiner Nase so viele Bakterien et cetera filterst mit deinen Popeln, wenn du die regelmäßig frisst, dann... Ich weiß, also Digga, ich... Also, ich bin jetzt auch nur rudimentär bewandert da drin, aber die Nase hat ja eine bewusste Filterfunktion, damit diese Bakterien nicht ins Immunsystem gelangen. Ich hab da einen viel besseren und sehr viel sinnvolleren Tipp. Ampelknöpfe. Einfach mal Ampelknöpfe lecken. Ampelknöpfe ablecken, ja. Wirklich, wenn ihr in der Stadt irgendwo mal einen Ampelknopf seht, ablecken, supergeil. Das ist so wie, theoretisch gesagt, als wenn du mir jeden Tag eine kleine Spritze gibst mit Krankheiten und irgendwann entwickelst du eine Immunität dagegen. So sehe ich das. Okay. Oh nein! Oh mein Junge! Meine Eltern. Wer ist das denn gewesen? Was war das? Der Gegend. So sehe ich das. Was waren das für Leute? Oh nein! Was sind das für Leute? Wer ist das? Kann mich jemand aufklären? Wer ist das? Oh nein! Oh! Oh mein Junge! Meine Eltern. Diener? Dann geh raus mit dem Nachbarskind. Spielen das Nachbarskind. Krank. Okay, machen wir mal die. Wahnsinn, wir hatten ja Spanien. Ich geh wieder an der Kappa. Danke, danke, danke für eure Erdschung. Kissen auf. Sascha ruft. Oh mein Gott, Nummer gelegt. Chillig, Max. Halsmaul. Mein Video für morgen machen. Ruft Trimax im Stream an, weil ich dachte so, okay, ich brauche einen Ausschnitt von Trimax. Ich frage ihn, ob er es einfach im Stream machen kann. Das ist die Situation. Trimax streamt da, übers iPad. Wenn man jetzt auf dem iPhone anruft bei Max, wird es aufs iPad übertragen. Oh, Digga, ich kann mich noch erinnern, als Simon das gemacht hat. Boah, diese Aussicht, Junge. Wow, Alter. Scheiße, der. Oh, Digga. Wow. Spannend. Oh, wow. Ich fühle, aber ich frage mich immer, was bringt's? Also, wo ist der Moment? Also, es ist über nice, aber was habe ich davon? Also, versteht ihr? Also, wo ist da der, der Benefit quasi so? Siehst du das? Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein paar Yoga-Übungen. Ich habe ein paar Übungen raus. Der Profi, Digga. Oh, fuck. Alles klar. Alter. Ah. Was war denn das, du, Mann? Chillig. Ah. Mastercheid, danke schön. Hast du Eisenmangel? Weil ich habe Nippelpircings. Oh, Nippelpircings sind so ein geiles Produkt. Ja, 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 ja. Also, wenn ich da direkt ein Like geben würde, ich bin euch ehrlich, es kann sein, dass ein Latzo jetzt im Stream voll am Abfeiern ist, aber meine Reaktion... Ah, ah, ah. Es ist so. Also, guck mal, kein Konzept. Ich sage dir, so wie es ist. Entweder bin ich oben Ja Oder Na mal, erzähl's uns Komm, sag's uns Mein Essen ist fertig Äh, oder Zweiter Oder maximal Dritter Oh Baby, jetzt kommt die Knossi Sau Wieso bin ich eigentlich da nicht verlinkt Ich war in dem Video gar nicht drin, na klar Das könnte daran liegen, dass ich nicht streame Ich auch mega geflasht, ich war ja gestern in Berlin Und hab die Freiheitsstatue das erste Mal gesehen Ich glaube nicht Und mich hat das so geflasht Wurde gesnapt Alter, Leute, ich weiß doch, dass wenn ich hier das Kabel Dass man mich dann nicht mehr hört Ich bin sogar so smart, weil ich hab schon ein paar Mal Hab ich, ich hab einen Mute-Button Ich hab einen Mute-Button auf meinem Stream-Deck Für Discord Digga, warum ist es so laut? Fick dich Discord und ein Mute-Button für alles Also wenn ich hier drücke Dann hört man mich nicht mehr Hä? Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video Ziemlich chilliger Sonntag für den Aber das ist einfach für mich Hätte für mich auch genauso gut Normaler haben wir jetzt doch zeigen können AAAAAAAA Oh Digga, ich hab gestern noch mit ihm gesprochen Wir haben ein sehr, sehr wildes Projekt geplant Wir wollen uns Wir wollen uns gegenseitig Wir wollen uns gegenseitig die Pimmel abschneiden Wer ist denn das? Ist das Gigant? Gigant Ok Bruder Ich Es gibt so viele Stream-Deck dich nicht kenne Gigant ausgesprochen Gigant Ich nenne den, Milan Where are you from, dude? To Greece From Greece? Hell ole malaka, wo sind denn der, mein Mann? Hahaha Kipro, und ich bin von Kipro Von Kipro bin ich? Just wenn ich an den anderen nicht weiß, dass ich das nicht很mauele Ich bin sober, ich bin von Greece Ah ok ok, schön Ich spreche dir nicht so viel, nur ein wenig Aber Ist das schön Von wo bist du? Das geht ja, gut siehst du aus. Ja, danke, du auch. Red ich mal kurz bitte um. Also, ich sehe mich schon im RP, ehrlicherweise, Digga. Ja, wegen dem. Habe ich jetzt auch gerade nochmal die Bestätigung? Naja, man kann ja auch online Frauen belästigen jetzt. Hilvers, Dankeschön, Kuss. Höh, wie kurz. Ach so. Digga, hä? Ah, da ist er, der Sisi. Ich dachte gerade, das Video geht 1 Minute 20. Da wollte ich mich gerade richtig aufregen. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Steck es so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts ver... Ich hab zu lange gesucht. Chat, Mann. Wieso schreibt ihr hier Sachen rein, hä? Ich hab die Best-of-Reaktion, kein Konzept. Welcher Knecht hat das denn hochgeladen? Yeah. Yeah. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Ich hab einen langen Traum gehabt. Ich hab, glaub ich, geträumt, dass ich um 0 Uhr unterwegs war. Ich bin gar nicht in dem Video drin. Hä? Ich muss ein paar Kuchen... Ich bin gar nicht in dem Video drin. Taylor Javaux. Was hast du denn? Kannst du das? Hä? Was? Äh, das ist doch scheiße, ist das doch alles hier. Ey, ähm... Der Emote-Only-Dude, der letztens schon ein Killer-Video rausgeballert hat, hat auf Ehre nochmal eins gemacht. Das Team ist jetzt auch nochmal rein. Let's go. Wie viele Abos? Ah, 110 Abonnenten. Kann ich jetzt abonnieren? Ich bin immer noch hier angemeldet. Die neue Twitch-Meter. Revi im Hot-Tub. Oh, Chat. Da haben wir rasiert. Junge, mach mal bitte eine andere Stimme. Was ist denn das? Salten. Ja, mir schmeckt's auch sehr gut. Ich finde die Komposition als solche. Mit dem Zucker und allem drum und dran. Wo ist das Zucker, das oben drauf ist, ne? Ja! 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 Oh mein Gott, ich bin so schlau. So ein Opfer ist schlecht in Minecraft. So, jetzt auf dem Weg ins Casino. Unfallfrei. Schaut hin, wie man das macht. Mit dem GTS-Tier. Nicht einen Unfall. Trust me. Nicht einen. Nicht einen Unfall. Eisack. Ich war letztens bei Kevin. Er hat mir in diesem Hemd die Tür aufgemacht. Und ich wollte noch ein bisschen eine reinhauen. Balls? Finde ich nicht. Finde ich nicht, Digga. Ach, Scheiße. I, I suck balls. Ja! Und wisst ihr, warum ich der Einzige bin, der sich das traut auszusprechen? Ja. Dass das Management von Leon Mascher mich am Arsch lecken kann. Dass es einfach nur kriminelle Drecksschweine sind. Achtung. Weil die mir nichts anhaben können. Denn wenn du auch nur einen Fuß auf die Insel setzt, dann bist du dran. Wenn ich aufstehe, stehen 200.000 Portugiese hinter mir. Nein. Der Mann lebt in einem Film. Der Mann lebt in einem Film. Ich war mit ihm in der Stadt. Ich war mit ihm in der Stadt. Die Leute spucken auf ihn. Maschallah. Wo kein Hype, da auch keine Rundfunk-Lizenz. Das ist wichtig und richtig. Wo keine Viewer, da keine Dinge, Alter. Genau, Landesmedienanstalt. Sascha ruft. Oh mein Gott, Nummer gelegt. Hals, Maul. Hals, Maul. Hallo? Alter, du hast gerade deine Nummer im Film gelegt. Kein Witz. Hier wird jetzt gleich wahrscheinlich der, ich würde sagen, einer der wildesten Real Talks kommen, die jemals von uns gekommen sind. Ja, ich habe die Airpods. Ich habe die neuen. Ja, ich bin reich. Oh, ja. Okay, stark, stark. Ja, peck it los, ja. Wieso schneidet man sowas? Die mögen sich sehr. Er will sie nicht. Was für eine Steuerklasse hast du? Keine Ahnung. Ich mache meine Steuern nicht selbst. Okay. Boah, wir haben an dem Abend, das war noch so geil. Das war so geil an dem Abend. Das war, Antoni ist noch vorbeigekommen und der Abend, der wird mir im Gedächtnis bleiben. Nein, das war so ein... Ach. Ne, einfach schön. Schöne Brüste. Woher sind Sie? Ja, habe ich geliefert. Was soll ich dir? Sie sind noch so schnell, das hat mich gerade gemacht. Ich bin der Name, ich bin der Name, ich bin der Name. Ich bin der Name. Bitte jetzt nicht mehr klatschen und direkt noch eine Schweigesekunde für einen gefallenen Bruder. Direkt einen für Sascha mit. Isa, der Song ist für dich. Oh nein, oh nein. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Wer bist du denn? Say my name! Was hält das nur für dich? Danke. Vielen Dank. Oh, verliebt! Danke schön. Baby, zeig mir deine Liebe, wenn ich da bin. Wieder mal den King direkt morgen hochladen. Sehr, 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 sehr gut. Checkt auf jeden Fall gerne den Emote-Only-Channel ab. Ich hatte auch letztens den Loris, einen Loris drin. So neue Meme-Channels sind immer wichtig und richtig.